Leute, wir sind hier 20 Meter vom Cappuccino-Exident entfernt und ich habe euch jemanden mitgebracht, der bei dem Thema sichtlich Spaß hat auf jeden Fall. Bei dem ich beschlossen habe, dass ich ihn jetzt in ein paar Sachen herausfordern werde. Unter anderem, wer trinkt den schönsten und schnellsten Cappuccino, aber nicht nur. Mats, ich werde dir zeigen, wie man am besten Cappuccino-Becher auf Essensboxen jongliert. Und dann werden wir schon sehen, wer da das längere Näschen hat. Achso, nee, das steht schon vorher fest. Und ein paar andere Wettbewerbe haben uns auch noch ausgedacht. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, klickt hier oder abonniert unseren Kanal.